Bald gibt es ein neues Superspielzeug. Ihr seid bestimmt schon gespannt. Ihr kennt bestimmt alle die Nerf Gun, aber was jetzt auf euch zukommt, sprengt alles. Die Laser X ist eine Laserpistole. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Spiel Lasertag gehört. Das Spielzeug funktioniert nach dem selben Prinzip. Die Spieler haben ein Markerfeld auf dem T-Shirt, das von der Laserpistole auf eine Entfernung von bis zu 60 Meter getroffen werden kann. Ist das Feld getroffen, so leuchtet es auf. Das neue Spielzeug kann im freien und unter realen Lebensbedingungen genutzt werden. Es soll an Weihnachten in die Läden kommen. Was haltet ihr von dem neuen Spielzeug? Seid ihr große Nerf Gun Fans? Denn dann ist das bestimmt was für euch. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und natürlich die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal bei den Kinder News.